Das ist ein, ich weiß nicht, Oldtimer oder sowas. Also eine Ausstellung für Oldtimer. Also alte Fahrzeuge und sowas. Guck mal, erstes Oldtimer-Auto gefunden. Und hier vorne stehen noch mehr Autos rum. Das sind richtig voll Altautos. Autos mit Alt dran. Hier vorne sind ganz viele Motorräder, auch mit Alt dran. Hier vorne ist ein Ferrari mit Alt dran. Und hier vorne sind noch mehr Sportfahrzeugen mit Alt dran. Hier sind noch viel mehr Sportfahrzeugen mit Alt dran. Und hier vorne ist ein zukünftiger Fahrzeug. Hier vorne sind noch mehr Sportfahrzeugen mit Alt dran. Ich habe wieder Ferrari gefunden. Und hier vorne ist noch so ein Ferrari. Hier vorne ist ein, genau, Mercedes heißt das. Guck mal, dieser Fahrzeug, der hat da hinten einen Platten dran. Hier vorne ist so ein richtig geiler Bus. Ich mag diese Karosserie, die sind voll cool. Da kann man drin schlafen und so. Und hier vorne ist auch so ein Vollaltauto. Von England oder weiß ich auch selber nicht. Hier vorne ist noch so ein Vollaltauto. Hier vorne sind noch mehr diese englischen Vollaltautos. Hier vorne ist ein alter Geländewagen. Hier drüben ist noch so ein Geländewagen. Jeep oder wie das heißt. Genau, und hier vorne ist schon wieder so ein Vollcoolauto, wo man drin schlafen kann. Guck mal, hier vorne stehen ganz viele Ferraris rum. Also mit genau diesem Zeichen. Ich wäre ein richtiger Spinne oder wie das heißt. Hier vorne ist schon wieder so ein Vollaltfahrzeug. Der sieht voll cool aus, weil der so klein ist und so. Und hier vorne ist ein Porsche mit Farbe dran. Wo sogar Saale dran steht. Dieser Porsche mit Farbe dran, der ist hier für eine Million Euro zu verkaufen. Und hier vorne ist schon wieder so was Englisches oder was das ist. Hier vorne ist noch so ein Vollaltauto. Und hier vorne ist ein Vollaltauto mit Staub dran. Hier vorne sind noch viel mehr Vollaltautos, die so richtig alt sind und so. Und veraltete Sportwagen auch noch. Die kommen auch noch hinterher. Und veraltete Lastwagen. Hier sind veraltete Zweiradfahrzeuge, die so richtig alt sind und so. Oder neu, je nachdem. Ist beides hier. So, ich war hier aber dieser Autoausstellung mit Ihnen drin gewesen. Und jetzt laufen wir raus.